Ich glaube schon, dass wir in einer breitablen Staatskrise sind, in einer dauerhaften Wirtschaftskrise ohnehin. Es fällt ja auf, dass um uns herum die Wirtschaft trotz der internationalen Rahmenbedingungen eher wächst. Deutschland geht zurück. Insofern haben wir jetzt zwei echte Probleme. Das eine ist, dass eine Regierung de facto handlungsunfähig ist, meiner Meinung nach selbstverschuldet durch eben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und zum anderen, dass wir keine echte Wirtschaftsstrategie haben. Es gibt auch Leute, die sagen, Neuwahlen in der jetzigen Situation wäre eine denkbare Variante. Wäre es Ihrer Meinung nach? Schwierig. Wenn die keine Regierung zustande brächten, wenn jetzt die FDP ausscheidet, es gibt keine Regierung, die zustande kommt. Ich habe vor Wochen schon gesagt, da bin ich gescholten worden. Ich habe gesagt, also mit FDP und Grünen wird es nicht gehen. Die Fliehkräfte sind so groß. Ich halte sie nicht für regierungsfähig. Scholz soll quasi die Partner, die er jetzt hat, entlassen. Wir stünden bereit, um in der Notsituation vielleicht Verantwortung zu übernehmen. Da wurde alles abgelehnt. Und die Union wäre das dann. Die Person Frankly B harness. Ich halte sie nicht.